Präsident Donald Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani wird nicht mit dem US-Repräsentantenhaus bei den Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsprozess Trumps zusammenarbeiten. Giuliani hatte eine Frist zur Vorlage von Dokumenten in der Ukraine-Affäre am Dienstag verstreichen lassen. Am letzten Tag der Frist hat sein Anwalt John Sale erklärt, die Dokumente seien durch Rechtsgrundsätze im Rechtsanwalt-Mandanten-Verhältnis geschützt. Dies sei eine verfassungswidrige, grundlose und illegitime Amtsenthebungsuntersuchung, sagte Sale. Der Anwalt von OS-Vizepräsident Mike Pence verwies ebenfalls auf eine mögliche Verfassungswidrigkeit, da das Parlament nicht für die Genehmigung der Untersuchung gestimmt habe. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi entgegnete, es sei keine Abstimmung notwendig. Es ist nicht erforderlich, dass wir eine Abstimmung haben, also werden wir zurzeit keine Abstimmung haben.